Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Lernvideo von Netzverb. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs Freuen. Schaut und hört euch die Formen genau an und sprecht sie nach. Wir beginnen mit den Stammformen. Freut. Freute. Hat gefreut. Kommen wir nun zu den einzelnen Zeitformen. Den Beginn macht das Präsenz. Ich freue. Du freust. Er freut. Wir freuen. Ihr freut. Sie freuen. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich freute. Du freutest. Er freute. Wir freuten. Ihr freutet. Sie freuten. Ihr könnt übrigens auch die Links in der Videobeschreibung nutzen. So könnt ihr schnell zu den gewünschten Formen springen. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe gefreut. Du hast gefreut. Er hat gefreut. Wir haben gefreut. Ihr habt gefreut. Sie haben gefreut. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich freut. Ich freut. Du freust. Ich freue. Er freut. Er freut. Er freut. Wir freuen. Wir freuen. Ihr freut. Sie freuen. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich freut. Du freutest. Er freute. Wir freuten. Ihr freutet. Sie freuten. Den Schluss macht der Imperativ. Freue du. Freuen wir. Freut ihr. Freuen Sie. Das war unser kleines Lernvideo zum Verb freuen. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020